so moin leute herzlich willkommen pfuh lange kein let's play mehr von mir tut mir auch leid aber ich hab echt kaum noch zeit für let's plays eigentlich sollte ja gestern war ja für gestern schon eins angekündigt wie immer freitag samstag und sonntags und ja ich hab äh wie ihr seht die texture packs mal rausgehauen die texturen weil ich das auf dauer aufgeregt hat m ich hatte ein mod installiert ja dann hatte ich auch was mit dem mc patcher gemacht und dann war wieder die werbung im wasser und ich hatte die ja mal weggekriegt genauso habe ich wieder versucht aber dann war ich immer noch da jetzt kann ich natürlich ein anderes reinnehmen wo nicht so heftig die werbung ist genug aber ich m ich finde es am besten fand ich wirklich das was ich drin hatte und da dann lasse ich jetzt erst mal einfach wieder schade aber ja dann hole ich mir vielleicht auch mal guck ich schaue ich mal es kann sein dass ich nicht mehr die neueste version von mc patcher habe vielleicht liegt sie auch da dran um ja dann spielen wir mal wieder minecraft seht ihr ja schon die ganze zeit und jetzt wollen wir hier auf der anderen seite der höhle wo wir gerade hingehen wenn ihr die vorigen folgen schon gesehen habt also die letzten drei dann wisst ihr wo wir lang gehen und ja und da wollen wir dann noch ein kleines dorf errichten nicht nur da in der wüste das ist ja eh noch kein doof dorf aber da wollen wir dann auch mal weiter machen weil das da besser ist weil ich kein docker auf ewig wüste haben wir wüste und daneben schön bald und hier ist dann halb Schneewelt ich bin zwar ich hasse Schneewelt zwar aber ja vielleicht gibt der schnee auch bei minecraft irgendwann weg und scheiß drauf wir haben ja noch das andere eigentlich will ich da ja auch noch um da neben der wüste der wald da will ich eigentlich ja auch noch ähm häuser hin machen immer mal so zwischendurch da halt auch so ein dorf und ja aber jetzt machen wir auch hier ist schon naja geht so gut dann haben wir hier mal ein bisschen holz ab jetzt haben wir hier leider keine eisendings da er wird ehrung dreimal auf holz geklopft ok ach ja ja mein minecraft ist einmal beim mod installieren abgeschmiert sage ich mal abgekackt und deshalb krieg ich gerade so eine anfangsehrung schafft wieder der hund ist da hochgekommen ne zwei runde what the fuck ich dachte ach du scheiße leute das wird gefährlich scheiße na gut wenigstens hat uns nicht erwischt na gut haben viel erde dann versuchen wir doch gleich einmal die zu killen ich glaube einmal dass ich zombies an und bin ganz mutig können wir da auch sachen sammeln wir brauchen ja eh früh oder später zombies brauchen wir zwar nicht direkt aber ist schon hilfreich wenn man bogen will kommen und halt auch spinnnetze wo sind denn hier dann noch mal ein paar ach so ist der hund da hochgekommen der wolf das wölfchen die welt ist alle noch die welt sind natürlich alle noch da noch ein hund alter hier gibt es echt viele hunde ich hatte mal so eine welt so weit da hatte ich voll bock auf und hunde weil die mir ein folgen ein wauwau Prozent es sag ich es mal so ist er ist ja auch ganz nett und da hatte ich glaube ich die halbe welt abgesucht hat mich verlaufen und so nach grad mal zwei hunde gefunden und hier und hier findet man so viele und jetzt haben wir keine knochen deshalb skelette wir generieren uns gar nicht haben wir irgendwie wird zu essen mit ich glaube wir gehen zurück und zwar schnell damit wir noch probier viel der schwerkraft zum opfer wo sind wir jetzt gut da hätte ich jetzt nehmen so soweit zum thema bett wird als spawnpunkt verwendet ich war schon ein paar mal in dem bett ach so vielleicht liegt es daran dass ich da noch nicht geschlafen habe ach du scheiße 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 man das war scheiße knapp leute ähm ja soweit zum thema bett wird als spawnpunkt gut genutzt das ist ja 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 und um die sachen die müssen da eigentlich jetzt noch liegen zum glück weil er nichts allzu wertvolles aber ich mache gleich wieder spielmodus dm erleicht ich so weil ich 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 habe keinen bock darauf dass ich dann erst mal wieder sterbe andauern dann irgendwann dann gar nicht mehr zurück finde kann ja passieren und weiß ja nie ich finde es auch scheiße und dann gibt es halt noch den trick mit f3 habe ich es noch nicht nachgesehen aber ich habe da ehrlich gesagt kein bock mehr andau und irgendwelche koordinaten aufschreiben zu müssen so wenn wir glück haben liegen dann auch die sachen aber normalerweise sind die ja weg hatten wir schon mal seit ich schon mal auf minecraft pocket überall und dann sind wir am arsch ist natürlich ziemlich scheiße aber wir können es nicht ändern ich kenne mit jetzt hängt er hier auch noch mann das nervt mich echt immer wenn man stirbt ist weil es muss einfach nicht sein mit den zombies das pet das spiel natürlich bisschen auf und man braucht die auch aber jetzt wo wir die noch nicht brauchen die zombies oder sie noch nicht unbedingt brauchen würde ich sagen lassen wir das erstmal friedlich hier war das nicht ne aber wenn die sachen da noch liegen würde ich echt sagen gott sei dank aber die hoffnung stürzt zwar zuletzt aber warum sollten die gott sei dank na toll aber unsere ep ist ziemlich ist so gut wie alles weg steinspitzhacke und die hohe ist geschrottet bei dem sturz ach quatsch hier ist ja noch alles gut dass auch unsere hose so vielleicht machen wir jetzt noch mal zombies an uns zu rächen das klingt bekloppt aber vielleicht versuchen ein paar zu killen aber ganz das lag ja auch hauptsächlich an mir aber wenn wir schnell runtergehen dann passiert er dann passiert uns da ja nicht wirklich was allem wenn wir aber friedlich haben dann hätten wir das überlebt weil wir dann auch so viel leben haben dann da waren wir gleich wieder bisschen hektisch und ja wie das bei mir immer so ist also für mich ist er ist friedlich ist ein abnormal wer ab einfach ist es nicht im moment noch nicht für mich weil ich habe eine rüstung okay und so aber ich habe kein bock dann an zu sterben weg zu rennen und so es will erst mal hier was bauen weil wir haben jetzt noch nicht so viel gebaut ich will auch nicht so viel labern also jetzt darüber bauen wir einfach man kommt zum thema und zwar ich entschuldige auch dass in nächster zeit erst mal nicht wieder so viele let's place kommen wer denn ich habe es ja sonst fast immer geschafft m dann konnte ich einmal mit zwei Wochen am Stück jeden Tag was machen und davor da habe ich ja am Wochenende dann immer so irgendwie fünf Folgen hochgeladen einmal sogar zehn oder so richtig viel und das ja aber jetzt habe ich ja das bisschen umgeändert und dann füge ich es immer erst mal in Movie Maker ein und da Windows Movie Maker und macht das dann dann speichert er das ab dann braucht das ewig dann kann ich so schon mal andere weil sonst wird dann verbrauchen die weniger dann ist halt das Format auch ziemlich scheiße Prozent die dann ist noch so eine Sache Prozent die wenn ich n da habe ich so eine spezielle Version 2.6 also nicht den ganz normalen und denn ja da ist halt die Scheiße dass der da Prozent irgendwie wird wenn ich auf dem mit auf YouTube teilen gehe also ist da direkt hochladen dann Prozent dann dann geht das den klicken auf Thailand dann YouTube und dann spackt er und das ist auch keine Demo oder so das ist einfach scheiße und von daher ja und das der hat gespackt andauernd nicht wo ich mir die normale Version runterladen wollte da hat da auch was nicht funktioniert und ehrlich gesagt habe ich habe ich auch im Moment keinen Bock das ähm wieder die zu besorgen und deshalb wenn ich das dann mal habe dann kann ich direkt hochladen kann ich auch mehr daran liegt es weil sonst hat das ja bei meinen Videos immer scheiße gerauscht und ähm ich finde ich habe letztens meine Videos selbst nochmal geguckt und wenn ich ehrlich bin fand ich die ersten 22 oder wo ich denn eine neue Survival Welt angefangen habe das war zwei Let's Play 22 oder 23 die vorher vorherigen gebe ich zu da war ich noch extremer Let's Play Anfänger ich bin jetzt auch nicht ich will jetzt nicht sagen dass ich jetzt ein Profi bin aber damals war ich extrem Anfänger bis jetzt will ich nicht beurteilen weil ich habe da keine gute Selbsteinschätzung also jedenfalls gebe ich mir jetzt auch mehr Mühe halt damit und ja deshalb ähm die bitte nicht allzu streng bewerten mir ist selbst klar dass sie nicht perfekt sind und da hatte ich mal die überlegt die Idee eine zweite Staffel zu machen also zwei Staffeln daraus zu machen so welcher Freak erkennt dann ohne dass er alle meine Folgen sieht oder fast alle das ist ähm halt welche Staffel zu welcher gehört und ich habe nämlich auch das wäre eine Schweine Arbeit äh die da alle umzuändern die Titel wären natürlich nötig aber das deshalb werde ich das wahrscheinlich machen und dann bei dem wo es also Let's Play Trends 20 oder 22 hinschreiben Start der zweiten Staffel weil sie dann besser sind von der Quali ist es jetzt in letzter Zeit auch erst besser geworden weil ich da was umgeändert hat bei meinem Aufnahmeprogramm und ähm ja das weiß ich aber ja und dann werde ich da auf alle Fälle eine Playlist draus machen wenn man dann länger auf meinem Kanal vorbeischaut dann sieht man ja die Playlists und dann erkennt man das ja auch ähm ja die Playlist das würde ich einmal machen äh ja es ist eh alles noch nicht so top auf meinem Kanal ich entschuldige darum aber ich gebe mir Mühe und ja ähm so in diesem Let's Play haben wir jetzt nicht so viel geschafft ein Unfall und so weiter ja es wird wahrscheinlich das einzigste Video für heute bleiben vielleicht wahrscheinlich kommt morgen eine Ansage und wenn nicht dann sieht das bitte als Ansage ähm aber höchstwahrscheinlich schon und vielleicht auch morgen noch ein Let's Play aber morgen weiß ich nicht okay ich hoffe es hat euch gefallen ähm es waren halt viele kleine Ansagen und so und so und so und so ja ähm deshalb ja nächstes Let's Play wenn wir wieder etwas mehr machen gut ich hoffe es hat euch gefallen sich jetzt glaube ich zum dritten Mal sorry ciao Leute und 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 und